Was ist hier passiert? Unsere Einsatzkräfte wurden gegen 10.20 Uhr hier zur Lombardsbrücke alarmiert, weil Verkehrsteilnehmer und Notrufende mitteilten, dass eine Regionalbahn auf der Lombardsbrücke zum Stillstand gekommen ist, aus bislang ungeklärter Ursache. Nach Recherche wurde dann festgestellt, dass eine Oberleitung, 15.000 Volt Fahrstrom, aus bislang ungeklärter Ursache abgerissen ist, vor diesem Zug zum Liegen gekommen ist und somit in dem Bereich des Zuges außerhalb abgute Lebensgefahr bestand. Wir sind mit einer Löschgruppe, einem Führungsteam, in einem Rüst- und Gerätewagen an die Einsatzstelle geeilt, um dann hier vor Ort uns ein Bild von dem Ausmaß des Schadens zu machen. Der Einsatzleiter stellte dann nach Sichtung der Fahrgäste fest, dass 68 Personen sich in diesem Zug befanden, obwohl auch gesund waren, aber diesen Zug nicht verlassen konnten. In Absprache mit dem Notfallmanager der Bahn hat dieser dann veranlasst, dass durch Bahnkräfte dieses Gleis und auch die benachbarten Gleise, wie wir befinden uns hier in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, dann geerdet werden, um diesen Fahrgästen aus der Regionalbahn einen gesicherten Ausstieg hier zu ermöglichen. Nachdem dies geschehen war, haben unsere Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg dann die Fahrgäste beim Aussteigen, also bei der EU-Pakulierung aus diesem Zug unterstützt und begleitet, sodass alle unverletzt den Ausstieg geschafft haben und dann im weiteren Verlauf in einen Schienenersatzverkehr umsteigen konnten, sodass sie ihre Reise dann auch fortsetzen konnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017